Ich will weg aus dem Auto nehmen, wir landen. Piech, schnapp hier und fass meine Pipi nicht an, landen. Wir müssen kämpfen, Krieg machen, du pass Pipi an. Nein, ich schau dich. Das ist ohne meine Waffe. Das ist doch so ein Ermago. Entschuldigung, Frank. Das kann ich gar nicht so sein. Sieht sie Objekte verteidigen? Sieht mal verziehen, Rico. Beim nächsten Mal knall ich, klatsch ich dich weg. Okay. Ich lasse meinen Raketen mehr vernach. Ei, mich hat jemand angeschießt. Da drüben. Wo ist der Wichse? Ich spiele! Über dir, Schatz. Auf dem Stein. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, der hat mich gefickt, Wallah! Aber auch, der hat mich gefickt. Wallah, der hat mich gefickt, Wallah! Der pisst dich, Andy. Der pisst dich, Andy. Was braucht krass. No 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 don't tonight. No 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 tonight. In die Fresse jetzt! Tonight. We lost you tonight! Auf die Seite! Und überall! Ja maniak! Ach lasst ihr die Bälle anweschen! Da auch noch! Ich mute Salim jetzt, Alter! Alter, sieh mich gar nicht! Nein! Wir suchen uns ja schön oder such den Superstar, Alter! Ja echt so, du piechst halt die Fresse jetzt! Halt mal deine Fresse, lass mal gehen! Lass dich mal gerade rausgehen, nervt mich nicht! Halt dein Maul, du! Lass mal gehen, valla! Ich geh schon länger als du auf der Welt, bis du zopf! Ja, aber trotzdem hast du es noch nie gelernt! Besser als du! Merke ich nicht! Ghostbusters, yeah! Ghostbusters! Oh! Wir haben mich im Schroi! Wir haben mich doppelt genudelt! Alla, ey, jetzt sind deine Freundin gebt ihr fremd! Die macht Gangbang! Oh, ich hab glaub ich ne Waffe gelevelt! Nein, ey! Nein, 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 das stellst du mir vor! Das stellst du mir vor! Ey, ich hör nix, Mann! Ich hör nix, Mann! Jaxin, du musst dich beruhigen! Halla, Halla, ich... Jaxin, du musst die Ruhe in dir selbst sein! Err! Ich hör nix, Mann! vergewaltigt wer ich eher bruder ich würde das nicht haben wir sitzen lassen worten vergewaltigt er ist ganz in mir das mine oder schade schade aber er spielt ich hab seine ganze team auseinander er spielt er schießt auf deine sniper du pitt weil er weil er weil er ding welche gefickt habe ich musste ja planen wegen dieses dreck das ist ein bisschen zu kurz bin ich ehrlich also ein bisschen ich musste direkt planten die gab es gezwungen wie ein dreckiger hoch und sonst stirbst du natürlich die sind aber nicht so gut aber war die kohle sattel es ist meine 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 er hat einfach größer als jenker tschüss nur heute ist das ziel meine garme und herren meine barbe die bei mir ist später bereich warum bin ich gestorben Ja, weil du außerhalb des Spielbereichs gegangen bist What the fuck? Deck Sniper hier Oh Ich will land Tamam land Da ist einer und da oben war noch jemand Jetzt liegt es an dir Zeig ihnen wozu ein einziger Revolutionär im Stande ist Nur noch ein Fight übrig, bringt das zu Ende Allah, war das der letzte? Ja, das war der letzte Wir gewinnen die nächste Schlacht Ich nehm die ganzen Robbyhops Ihr müsst, ihr dürft nicht so offen spielen, es ist immer seitlich, nicht mittig Egal, scheiße, das habe ich überhaupt nicht Aber das ist nicht so einfach Alle Zielobjekte beseitigen Immer schön seitlich und dann offen sie Wir dribbeln die Bisschen wie weit Allah Wir sind schon wieder immer dort bei Sandarmen nach Kodum Ja, sagen, diese Rakete hat den da nicht getroffen Ey, der, ja, die kommen immer dann auch die scheiß Ohren in so ein Loch, Alter Wenn ich da nicht hinguck, Mann Dann liegt ein Raketenwerfer Zu wem hast du es gerade gesagt? Zu wem sagst du das? Raketenwerfer Ich habe mit mir gesprochen Wegen die habe ich auf den Boden geschaut, Allah Was ist das? Mit seiner Holzwaffe Sammelpunktwechsel Die EM2 ist ekelhaft Die EM2 ist ekelhaft Die EM2 ist ekelhaft Ja, Bruder, von wo? Ey, woher? Alla, allah, allah, muss ich immer alles allein machen, ne? Jetzt liegt es an dir Zeig ihnen, wozu ein einziger Revolutionär imstande ist Jetzt lustig, wie die dich einfach nicht sehen Aber uns direkt im Hedgeglitch, äh, erkennen Wallah Und du offener rumläufst Alla, alla, allah Was steht das denn? Check das nicht, was sind das, du Hurensüße Bruder, niemand weiß Boah, ich wäre da schon instant tot gewesen Wallah Bruder, Yasin ist einfach ein Geist Er hat so ein Geistpöck drin Egal, ihr kommt schon rein, das läuft schon, äh, für den Anfang, okay Neutralisiert das Ziel Ich lass dich jetzt einfach vorlaufen Bombe erlangt Bombe erlangt Feindliche Baunräte unterwegs Ich glaub ich übte, spiel jetzt hier viel mehr Gockt voll Jetzt als Huren sollen, wer das denn? Ja, Mann Feindliche Artillerie feilt Ziel an Sehr schön, wer hat den gekillt, Amen Anale Artilleriebeschuss Was ist das? Artilleriebesitz, Amen Türkische Panzer, Amen Achso, okay, und Cenk, ach Egal Versteh ich auch nicht Hast du es gesehen? Oha, ich glaub Judith hat sich Haare gefärmt Oha Ich glaub Judith hat sich Haare gefärmt Was? Rot, wenn ich das richtig sehe Oha Wir haben die Bombe verloren Pfff Wo? Pfff Fick ihn, Fick ihn Pff 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 Ey, mach zu Sie sind Arme in der Kolbe Pff Ich sag Allah weg, mell Pff Allah weg, mell Wir gehen, wenn ich draufgehen, gehen wir alle drauf so ne? Pff Ich sag Allah, wenn ich, dann stimmt die auch Ah ne, nennst ja mit der Jeremy Pff